So, meine lieben Sambister, ihr habt es ja gehört. Wir Lehrer dürfen im Moment nicht mit euch in der Schule zusammen sein. Wir müssen uns alle an diese Situation ein bisschen neu gewöhnen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich versuchen, ein bisschen Musikunterricht zu machen. Und das ist ganz besonders schwierig, weil wir ja normalerweise Samba spielen. Und Samba spielt man halt zusammen mit vielen Leuten. Und das geht im Moment nicht. Also müssen wir uns was einfallen lassen. Ich habe ein bisschen nachgedacht, was ich mit euch machen kann. Und ich bin zu etwas gekommen, was ich sowieso mit euch vorhatte, womit ich auch schon ein bisschen angefangen habe. Und das ist Polyrhythmik. Schwieriges Wort. Polyrhythmik bedeutet aber im Prinzip nur, dass man mehrere verschiedene Rhythmen gleichzeitig spielt. Und zwar immer so, dass sie sich auch irgendwo wiederfinden. Und dazu können wir ein paar einfache Übungen machen. Für diese Woche möchte ich euch mal eine solche einfache Übung zeigen. Und die heißt 2 gegen 3. Und die funktioniert so. Das sind meine Hände. Das ist die Hand für die 2. Das ist die Hand für die 3. Und das Ganze geht so. Mal ein bisschen langsamer. Und wenn ihr es jetzt nochmal in anderen Geschwindigkeiten braucht, könnt ihr das ja nachher bei den YouTube-Einstellungen vornehmen. Ihr wisst ja sicherlich, dass man das YouTube-Video auch schneller oder langsamer abspielen kann. Aber jetzt zunächst mal zu der Frage, was mache ich hier eigentlich? Es ist eigentlich gar nicht weiter schwierig. Ich habe meine beiden Hände hier. Und dann spielen beide gleichzeitig los. Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen trenne, seht ihr, dass meine linke Hand ganz regelmäßige Schläge macht. Und wenn ich die mitzählen würde, wäre das 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und wenn ich die rechte Hand wieder dazu nehme, auch die rechte Hand macht ganz regelmäßige Schläge. Und zwar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wenn ich diese beiden Schläge zusammensetze, dann treffen sie sich halt immer bei der 1. Okay, das ist leichter gesagt als getan. Wenn man sich das so anguckt, sieht es alles ganz einfach aus. Ganz so einfach ist es nicht, das zu üben. Deswegen habe ich eine kleine grafische Darstellung für euch vorbereitet. Und ich hoffe, dass ihr das damit mal ausprobiert und es dann natürlich hoffentlich auch schafft. Ich schalte mal um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier seht ihr diese Grafik, von der ich gerade gesprochen hatte. Die ist gar nicht so kompliziert. Ihr seht erst mal die beiden Hände, linke Hand und rechte Hand. Dazu muss ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Dann seht ihr in der Mitte dieses Dreieck. Und für das Dreieck ist es so, da habt ihr die drei Zählzeiten für den Rhythmus in der rechten Hand. Also oben ist die 1 und auf der rechten Seite ist die 2, auf der linken Seite die 3 von diesem Dreieck. So, die 1 oben, die ist auch für die linke Hand. Und die 2, die linke Hand hat ja nur zwei Zählzeiten, für die linke Hand, das ist ganz unten da, wo bei der Uhr die 6 wäre. Und damit das Ganze eben auch ein bisschen einfacher zu verstehen ist, animiere ich das Ganze mal. So, und alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist mitzumachen. Versucht es doch einfach mal. Sobald wir uns in der Schule wiedersehen, werde ich das mit euch zusammen versuchen zu spielen. Und wie gesagt, unten im Video könnt ihr das Ganze auch ein bisschen schneller machen, falls es euch jetzt zu langweilig wird. Viel Spaß wünsche ich euch. Bis dann. Bis dann. Untertitelung. BR 2018 . 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018